Eins Und damit ein herzliches Willkommen zu LS17, zu einer Puiwe zu der neuen Maisernte, die jetzt im Freitag starten soll. Wie ich es ja in die Kommentare geschrieben habe, weil wir ja die 100 Abonnenten erreicht hatten am vergangenen Sonntag, wollte ich mich ja Freitag mit einer Maisparty revanchieren. Wie gesagt, wo ich gerade bin, bin ich gerade auf dieser Map. Ich werde euch nicht sagen, was für eine Map es ist. Ihr könnt es raten. Ich gehe jetzt nochmal kurz die Umgebung lang. Ganz da hinten. So sieht das Ganze etwa aus, wo ich gerade bin. Und dann könnt ihr ruhig einen Kontakt fragen und raten, welche Map es ist. Die Auflösung wird es natürlich dann Freitag geben. Kleine Hinweise zum Freitag zu der Maisparty. Es werden wahrscheinlich ein paar, auf jeden Fall wird vielleicht eine Sache drin sein. Ich bin auch noch mit dem, ob ich sie vielleicht rausnehme. Und zwar der hier. Das ist der Black Blue Tea Vario 939. Ich bin noch im Überlegen, ob ich den drin lasse oder rausnehme. Ich bin noch mit dem Überlegen. Aber ich glaube, ich muss ihn ja rausnehmen, weil viele haben das Ding ja nicht. Deshalb kann es sein, ob drin ist oder nicht. Den würde ich dann nur ein Silage im Einsatz nehmen, damit ihr da beschäftigt. So, dann hier zu den Abfahrertrecker kommen wir eh hier gleich schon. Das ist einmal ein Fendt 28er wieder. Auch ein Fendt 28er und ein Fendt 936er. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Trecker haben wollt, dann könnt ihr es euch auch bitte in den Kommentar schreiben. Aber bleibt diesmal sachlich. In der letzten Meist Party war das schon ein bisschen durcheinander. Es war auch die Vorbereitung durcheinander. Es kamen viele Leute rein. Und dieses soll ein bisschen besser koordiniert sein, besser vorbereitet sein. Aber wie gesagt, wenn ein Platz da ist, könnt ihr auf jeden Fall dann mitspielen. Das jetzt nur gesagt haben. Ja, den Häcksler kennt man schon aus der letzten Meist Party. Das wird natürlich der Big X sein. Den kennt man, der hat sich auch nicht verändert. Wie gesagt, wir haben noch ein paar neuere Silagewagen diesmal im Einsatz. Die sind die KW-Kohänger. Ich habe insgesamt drei Stück schon geholt für die Map hier auf jeden Fall. Und natürlich haben wir dann noch ein paar Walztraktoren. Wir haben noch einen Fan. New Holland meine ich. In case. In Deutz. Ich glaube, Deutz würde unser Steve nehmen. Er weiß schon, er wird sich bestimmt dann angesprochen, wenn der das Video guckt. Und ja, wir haben hier Deutz Serie 7. Ich bin noch ein Auto momentan. Und natürlich haben wir noch ein Mal. Wir gucken nochmal, wenn natürlich wird das ein Community-Map dann sein, wo ich dann vielleicht mal freitags oder samstags irgendwie mal spontan für euch was mache. Dann können welche mitspielen, ihm mithelfen und so. Und ja, so auf jeden Fall ist momentan der ganze Stand. Auf jeden Fall, wie gesagt, einfach gerne in den Kommentar schreiben. Wer mitmachen möchte, wir gucken, wie das Ganze wird. Es werden vielleicht auch ein paar Moderatoren im Chat sein am Freitag auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Weil das war schon gestern. An der einen Fahrt da konnte ich gar nicht wirklich auf die Nachrichten alle eingehen, weil es war ein Durcheinander. Es war erstes Problem, dass es unkoordiniert war. Und das soll diesmal nicht passieren. Wie gesagt, wir schauen einfach mal, wie wir es am besten machen. Ja, wie gesagt, sonst wünsche ich euch allen dann viel Spaß dann am Freitag auf jeden Fall bei der Meist Party. Auf jeden Fall viel Spaß bei der Meist Party auf jeden Fall. Wie gesagt, zu Let's Plays und so. Wenn ihr welche Fragen habt zu Ghost Recon oder irgendwie zu unseren LS-Projekten momentan auf Sandy Bay, wird momentan auch Sandy Bay bleiben. Da bin ich mir jetzt schon sicher, momentan wird auch Sandy Bay bleiben. Und bei Ghost Recon habe ich gesagt, wenn wir hier das Spiel haben, können sie gerne mitmachen. Wie gesagt, auch eine kleine Entwicklung von mir. Gern das Abonnentenspecial anschauen. Habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Ein so aufwendiges, äh, ein so atemberaubende Kulisse hatte ich bei einem Abonnentenspecial noch nie. Das andere war ein bisschen, naja, das Bille, ja wie soll man sagen, war auch eine schöne Kulisse. Wie gesagt, ich hatte nur heute wirklich die Probleme mit dem ganzen Scheiß, irgendwie Copyright-Mucke und so. Also deshalb, wenn ihr vielleicht auch gute Videos habt, die keinen Copyright haben, könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentar schreiben. Und ich gucke da natürlich mal nach oder so. Wie gesagt, nur Copyright-Songs kenne ich ja, da gehe ich schon mal drauf und dann kriegen wir da schon irgendwie hin. Aber wie gesagt, das war's dann von mir. Wie gesagt, wenn noch irgendwelche Infos zu der Meist Party sind, dann einfach gerne in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, wer die Map dann richtig erraten hat, das seht ihr dann am Freitag. Und wir sehen uns dann. Euer Aufenthaler IP. Bis dahin.